Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Gamble. Ich bin heute für auf die Art Ticket und heute habe ich das Spiel Dragon Storm Fantasy. Viel Spaß! Okay, da sind wir. Mein Krieger, mein bunter Krieger. Rila, grün, rot. Sieht gut aus. Uff, leh. Lass doch dir die hier. So. Nur das aktuelle runterladen. Ich mach mal einen kleinen Break. Bis gleich. Okay, endlich fertig. War gerade richtig gut beim Erstellen und dann kurz davor sagt er, äh, kein Speicherplatz mehr. Sie müssen Sachen löschen. So, Mist. Muss ich ganz in den Spielen löschen. Naja, muss nicht alle, aber ich habe alle gelöscht. Ja, und jetzt bin ich hier. Erstmal klicke ich hier die ganzen roten Pöppels weg. Hm. Naja. Okay, er ist weg. Oh, die dritte Erweckung. Bin ich soweit? Stufe 4. Los zur Dungeon. Ich wollte die roten Pöppels wegdrücken. Ach, Menno. Oh, abholen. Ja. Ja. Was habe ich denn noch hier für rote Pöppels? Das reiht hier. Ja. Jawohl. Die Schmiede. Automatisch. Die Gelde. Verstanden. Schnellbeitritt. Oh. Ich bin zu schwach. Ich habe zwar nichts gesehen, aber ich bin zu schwach, anscheinend. Dann abholen. Was habe ich hier? Was habe ich hier? Beute. Beute. Überspringen wir das Ganze mal. Wünscht dir was? Was? Okay, that's the lineup. Ah, here. Schön. Soziales. Alles abholen. Gelesene löschen, alles abholen. Gelesene löschen, verwenden, verwenden, verwenden. Oh, gleich krieg ich bestimmt eine Nachricht, dass wieder mein Dingensvolles, mein Glüfen-Rucksack, keine Ahnung, was das heißt. Täglich. Nach Schitz 2x20. Oh, das wird hier richtig wenig jetzt. Nach 1100 habe ich. 1001. Ach ja. Schaffe ich das? Boah, 40 mal das eine. Das hier sind 200. Geschafft. Jawohl. Warte, die machen wir später. Verwenden. 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 Auch verwenden. 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 Gleich ist mein Hucksack voll. Da. Jetzt haben wir die. Verwenden. Alles, was rot ist oder ein Kreis ist, dass ich es nicht tragen kann, muss gelöscht werden. So wie das hier. Zack und weiter gehts. Zack und weiter gehts. Zack und noch eine Hose. werde ich täglich spielassistent dreimal abholen bestätigen bestätigen ich habe schon davon 0 und davon 0 also warum ist der rote punkt noch da wie das hier ist nicht genug platz ok abbrechen verwenden ich habe keinen platz mal bei den lümpfen genau so wie ich das schon vorher gesehen hatte ein lob ein lob ob du gehst hin abholen 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 Die Taschen sind voll? Was soll ich machen? Meine Güte, nochmal hier. Da bin ich wieder den ganzen Tag dran, die ganzen Taschen zu leeren. Ich kann auch nichts machen, weil wenn ich jetzt in der Dungeon oder so reingehe, dann kommt die Nachricht, ihre Taschen sind voll, sie können nichts aufnehmen. Ah, das ist noch eine Brute. Eine Merde, Upward, und Upward. Okay. Täglich. Ah, okay, die Dailies, die brauche ich heute nicht mehr zu machen. Das wird mir alles lange dauern. Die Kammer, das geht nicht. Weil ich keinen Platz habe. Kann man den Lager nicht irgendwie vergrößern? Ja. So, I missed. So, I missed. Jo. Boah. Oh. 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 schnell verbessern automatisch verbessern den hier auch den hier auch und den letzten noch mal verbessern hier geht das nicht hier ist eine 0 da ist eine 0 ok das war es reit hier mal wieder hier am reit hier bringt nichts taschen voll begleiter und begleiter vergessen jetzt verstärken jawohl dann haben wir das hier noch wo ist denn da nur einer ok haben wir den auch fertig die glyphen ok göttliche glyphen kärn 3 gewöhnlich 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 die ex nochmals verschmiede jetzt habe ich auf automatik okay jetzt habe ich endlich alles fertig kann man kann ich da jetzt wieder was abholen oder geht das immer noch nicht geht noch nicht drachenglyphen meine drachenglyphen sind voll da sind die drachenglyphen verbessern um zehn stufen verbessern oder hier aber was aus zerlegen verbessern verbessern kann man öffnen ne warte mal nicht öffnen da lager haben wir alles fertig nein zwei stücken noch das gibt es doch nicht das gibt es doch nicht dann muss den glyphen das war schon 2711 machen wir erstmal die hier verbessern ne ok jetzt müssen wir wieder welche einsammeln können lager abholen lager abholen jawohl endlich meine Güte noch liefen endlich alles leer jetzt nochmal bei soziales gucken post abholen alles löschen dann gehen wir nochmal hin bei wo war das gewesen schmied nein das war nicht bei schmied wo war das gewesen ich habe es vergessen klufe das war das andere naja egal ich habe es auch über geschafft jetzt werden nur noch die talsquests angezeigt die dungeon die du halt am tag machen kannst logisch und die dimension ja na gut aber ich würde sagen das war es für heute das war es für heute ich kann nicht mehr aufleveln ich bin schon auf höchstlevel mit 370 ach äh schließen bestätigen aber heftig ich bin auf dem höchsten level ich habe es geschafft 370 ja wie ist das transmutation ok ok alles grün 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 alles grün sweet dann noch dungeon ok das ist klar fliege fliegt auch wieder hier rum dann würde ich sagen ich mache noch mal kurz etwas und zwar die fliege du nervst fliege na egal ja ich wollte eigentlich äh meine sachnummer ausstatten aber wo ging das sprach eigentlich ein bisschen flirt flirt mit transmutation das ist mit den sachen ok flüge ok attribute mit der der die 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 Ach, schief. Nein, du flieger näher. Oh! Nein! So! So, dann haben wir das alles. Ich brauche keine XP mehr. Achso, für Dings. Na ja, egal. Ich weiß nicht mal, wo ich meine Sachen... ...die Sachen alle benutzen können. Da war ein Punkt, na ja. Hä? Wo war das gewesen? Wo war das gewesen? Na ja, egal. Ach, das war auf Rucksack, ne? Ja, sicher. Ach. So, Zauberring, Stein, Splitter, Kostümen, Lauflager... Ähm, ja. Anlegen. Anlegen. So, hier ist es. Anlegen. Geh nicht. Fangen wir unten an. Anlegen. Anlegen. Dritter 3. Die dritte Erweckung. Okay. Ich brauche die dritte Erweckung dafür. Ist das eigentlich nur die eine Dungeon oder nicht? In der Dungeon bin ich doch gerade gestorben. Noch einmal die Dungeon durchlaufen. Und... Dann sehen wir ja... ...was da noch fehlt. Ich muss mich verbessern, steht da. Ich muss mich verbessern, steht da. So, das sieht schon mal ganz schlecht aus. Den Drachen habe ich verstärkt. Vielleicht reicht es ja, dass ich den Drachen verstärkt hatte. Aber ich glaube eher weniger. Da ist ja sozusagen bei mir fast ein Schlag immer ein Level. Ja, okay, A1. Drei Schläge ist ein Level. Los, komm schon. Hau rein da. Einflüssig. Ich... 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 Ach, dann fehltst du nicht doch. Das schaffe ich noch. Wenn er nicht jetzt gerade auch für so einen Superschlag macht. Und mein helles Leben mit abzieht. Habe ich es nicht gesagt. Das ist unmöglich für mich. Gut, dann würde ich sagen, das war es für heute. Ich würde... Ich würde... Ich würde es beenden. Bestätigen. Oh. Da. Gut. Ich sage dir Dankeschön für das Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn auch nichts mehr bei ihr seid. Bis dann. Habt euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Tschüss. Bis dann. Tschüss zusammen. Tschüss. Hm. Ausatmen. Du kannst es dir adminche.